Musik Das ist so. Ach so, das ist hier auch. Das hat er noch nicht. Das ist ein bisschen zu her. Das ist so her. Du bist ja alles drückend, du hast gefilmt. Das heißt, das sind sie so. Ist das aber schon. Ja. Na gut, er wolle doch auch mitgehen. Ja gut, es muss dann vorhanden. Ja gut, es muss dann auch mitgehen. Ja gut, es muss dann auch mitgehen. So nicht, das darf man jetzt nicht machen. So, jetzt bringen wir noch das Verliebliche. Jetzt bringen sie die neue Flasche drüfte und uns. Und alle Flaschen. Flaschen, Flaschen. Flaschen, Flaschen. Flaschen, alte Jahrgänge, frühe Jahrgänge. Was? Es war zu schnell, Sabine. So schnell darf man nicht schwenken. Ich weiß. Was ist denn weg? Ja, das stimmt schon. Mal ein Film. Also 25 Jahre, jetzt nicht mal ausgucken. Wo ist sie dann? Großaufnahme. Ja, da unten warst du weg. Da unten warst du weg. Wenn man als Fatsischere ist, dann wollen wir da aussen. Ja, das ist raus. Udo, wenn man als Fatsischere ist, dann wollen wir da aussen probieren. Im Kinderhaus. Im Kinderhaus. Ja, da waren wir. Bist du sicher? Da hat er sogar eine Flasche hingestellt, ohne Energie drauf. Ja. Da war ich auch dabei. Wir haben einen Rode mit, was es ist. Ja. Wir haben einen Rode, aber wir haben einen Fischgelegen. Die Spaxel ist dumm. Aber bis jetzt haben wir alles Rode. Der Gackle ist immer so auf der Klo. Warte mal mit, der Rode wollen wir. Aber der, vielleicht klingt ein Bubus. Typisch. Ah, joo. Aber ... Das habe ich mir nicht gesagt mehr. Das ist doch was der Brot, aber ... So. Ach Gott, bitte. Als Arte-Fahrer, du ... Na, da stellen Sie auch nicht ... Warte mal mit, wir waren. Warte mal mit, wir waren. Ich und das war nur für den Glück. Ja. Das war für die Ausstellung ... Die Meine-Warte, für die Ausstellung. Feste vorbereitung. Ja. Was machen wir dort? Was machen wir gerade? Was machen wir gerade? Ja, das war so klassisch. Einstellung. Was für den Herrschaften immer so liegt, aber es ist auch nicht verkehrt? immer nur fußball gespielt, ja? Ja, aber die Jugend... Wie der Bühne, wie der Bühne, wie der Bühne hat das Leben erhört, ja?